Wenn einer vieles Sprachen kann, ist er im Leben besser dran. Ein bisschen Englisch ist nicht schlecht, wenn man einmal verreisen möcht. Doch willst du in mein Herz hinein? Hilf dir kein Spanisch, kein Latein, weil meine Sprache ganz gewiss, doch nur das Jodern ist. Das heißt, du bist mein Typ. Sag dir, ich bin verliebt. Jetzt will ich einen Kuss. Das ist es schon, was du, mein Schatz, vom Jodern wissen musst. Die Jodelsprache, du wirst sehen, die kann man schon sehr weit verstehen. Ich lerne dir, was wichtig ist, damit du es nie mehr vergisst. So üben wir die ganze Nacht, bis morgen früh der Tag erwacht. Dann jodelst du ganz sicherlich genauso gut wie ich. Das heißt, du bist mein Typ. Sag dir, ich bin verliebt. Jetzt will ich einen Kuss. Das ist es schon, was du, mein Schatz, vom Jodern wissen musst. Juhu! Juhu! Vielen Dank.